Hallo meine Freunde! Ich bin sehr aktiv auf Facebook und like dort auch meine eigenen Beiträge, um meine Reichweite zu steigern. Jetzt wurde ich angeschrieben und mir hat jemand gesagt, dass wenn man seine eigenen Beiträge liked auf Facebook, das so wäre, als würde man sich nach dem Runterholen selbst auf die Schulter klopfen. Freunde, also nochmal zusammengefasst, wenn ich durch das Runterholen und das im Anschluss folgende mir auf die Schulter klopfen meine Reichweite vergrößern könnte, wer von euch da draußen würde den ganzen Tag nichts anderes mehr machen, als sich auf die Schulter zu klopfen und darauf zu warten, dass die Reichweite steigt? Fick mich Finch Aua, es tut so weh, oh dein Schwanz ist so richtig geil Fick mich Finch